Mein Name ist Peter Dovernig, zusammen mit meinem Bruder Martin Dovernig führen wir als Unternehmen Dovernig Fliesenprofi in der D-Wand an der Glockner Straße Neu ist auch der 3D-Druck bei den Fliesen und diese Fliesen werden extra beschichtet mit einer eigenen Glasur, dass der Effekt gleich oder ähnlich ist wie bei den Steinen Man kann ihn in die Fliese direkt hinein sehen Ebenfalls neu und bei uns erhältlich ist die Lichttechnik Hier muss man sagen, dass kleine LED-Leuchtkörper an den Rändern der Spiegel sind und die sind so angeordnet, dass das Licht in der Reflexion ebenmäßig und gleichmäßig scheint Musik 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 Bis zum nächsten Mal.